Heute, schwierige Wörter. Ich spreche sie für euch aus. Hallo, guten Tag und herzlich willkommen auf meinem Kanal German Fräulein. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Macht euch gerne auch den Untertitel an, wenn es euch vielleicht hilft, hört, wollte ich gerade sagen, wenn es euch hilft, besser zu verstehen. Ich habe ganz, ganz viele verschiedene Sprachen hinzugefügt, damit ihr alle etwas finden könnt, hoffentlich. Heute lese ich euch wieder schwierige Wörter vor. Wir Deutschen wissen auch, dass viele Wörter schwierig sind. Auch wir haben oft Probleme, wenn wir im normalen Tempo sprechen, dass wir das manchmal ein bisschen verdrehen. Das darf euch also auch passieren. Macht euch keinen Stress. Ich lese euch die Wörter vor und spreche sie langsam für euch aus. Wir fangen an mit Taschentuch. Das Taschentuch. Das benutzt man zum Naseputzen. Das Taschentuch. Ein Tuch für die Tasche. Dann das Rumpelstilzchen. Das ist ein kleiner, böser Zwerg aus einem sehr bekannten Märchen. Das kennt ihr bestimmt auch. Eine Geschichte mit einem Mädchen und dieser kleine Zwerg will ihr Kind haben. Und der heißt bei uns Rumpelstilzchen. Das ist ein Wort, auf das trifft man tatsächlich ab und zu mal. Rumpelstilzchen. Rumpelstilzchen. Dann das Wort Antipathie. Antipathie. Das ist das Gegenteil von Sympathie. Also Zuneigung und Abneigung. Sympathisch finde ich jemanden, den ich mag. Und ich habe Antipathie für jemanden, den ich nicht mag. Dann das Wort Arzt. Der Arzt. 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 Irgendwie spricht man es ganz anders, als es geschrieben wird. Arzt. Aber so wird es eben nicht geschrieben. Also Arzt. Arzt. Ich gehe zum Arzt. Arzt. Dann die Kirsche. Die Kirsche. Und die Kirche. Die Kirche. Beides ist komplett anders. Das sagen auch viele Deutsche falsch. Warum auch immer. Die Kirche. Ich gehe in die Kirche. Und ich esse die Kirsche. Mit S-C-H. Kirsche. Die Kirche und die Kirsche. Dann das Hospiz. Hospiz. Das ist das Krankenhaus, in das Menschen gehen zum Sterben. Wenn Menschen unheilbar krank sind, zum Beispiel Krebs haben und man weiß, dass sie sterben werden, dann gehen sie in das Hospiz, damit sie dort würdevoll sterben dürfen und Medikamente bekommen. Der Schlüssel. Der Schlüssel. Der Schlüssel. Damit öffnet man die Tür. Der Schlüssel. Die Schlüssel. Hokus pokus. Hokus pokus. Hokus pokus ist ein Zauberwort. Das haben zum Beispiel, als wir Kinder waren, die Zauberer gesagt. Hokus pokus. Es gab eine Explosion und irgendwo kam ein Tier aus dem Hut. Das ist also ein Fantasie-Zauberwort. Hokus pokus. Hokus pokus. Der Teller geht alleine in die Küche. Ich will nicht abwaschen. Dann der Regisseur. Regisseur. Das sagen ganz, ganz, ganz viele Menschen in Deutschland falsch. Sie sagen Regisseur. Es heißt Regisseur. Regisseur. Er führt Regie. Der Regisseur. Dann etwas ganz deutsches. Die Brezel. Die Brezel. In Bayern wird euch jeder hassen, wenn ihr Brezel sagt. Die sagen Brezen. Das sagt man aber wirklich nur in Süddeutschland. Woanders? Brezel. Wenn ihr aber in Bayern seid, dann könnt ihr ein Bayern damit beeindrucken, wenn ihr sagt, ich hätte bitte gerne eine Brezen. Und überall anders sagt ihr Brezel. Das ist diese Brezelform. Dann Gelatine. Gelatine. Das braucht man oft zum, meine Katze. Das braucht man oft zum, ja zum, zum Kochen oder zum Packen oder so. Das ist aus Schweinefett, aus Tierfett. Gelatine. Eklig. Dann das Hähnchen. Hähnchen. Hähnchen ist der kleine Hahn. Also das männliche Huhn. Frau Huhn ist Henne. Mann Huhn ist der Hahn. Und wenn der klein ist und man ihn isst, dann sagen wir das Hähnchen. Oder Hähnchen. Das Hähnchen. Die Bürste. Die Bürste. Ich bürste mein Haar. Bürste. Bürste. Das Kaninchen. Das Kaninchen. Das ist ein kleiner Hase. Ein Hase ist eigentlich dieses riesengroße Tier mit den Ohren. Und das Kaninchen, das hat man eher zu Hause. Das ist im Kinderzimmer von den Kindern. Diese kleinen, lieben Hasen zum Streicheln. Das sind eigentlich Kaninchen. Und das Wort nichtsdestotrotz. Nichtsdestotrotz. Das sagt man zum Beispiel, ich bin heute sehr müde. Nichtsdestotrotz gehe ich jetzt noch laufen. Weil ich das will. Ich mache das, obwohl ich es eigentlich gar nicht machen will. Sollte. Ich mache es trotzdem. Nichtsdestotrotz tue ich das. Das Wort benutzen wir aber nicht oft. Wir sagen meistens trotzdem. Ich gehe laufen. Trotzdem ich müde bin, sagen wir auch ganz oft. Das ist total falsch. Trotzdem gehe ich laufen, obwohl ich müde bin. Ja, aber nichtsdestotrotz ist absolut richtig. Das war es auch schon wieder für heute. Meine Katze wird unruhig. Sie sitzt hier unten und beobachtet mich. Und fühlt sich einsam anscheinend. Ich werde mich jetzt um die Kleine kümmern. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich komme ja gleich. Und abonniert gerne den Kanal. Ich würde mich sehr freuen. Schreibt gerne in die Kommentare. Teilt das Video. Und wir sehen uns. Tschüss, bis bald und auf Wiedersehen. Tschüss, bis bald und auf Wiedersehen.